Banksy, Künstler und Mysterium. Seine Werke politisch, gesellschaftskritisch und Antikommerz. Kunst sei für jeden da, daher dürfen alle seine Werke anschauen und privat nutzen, lässt der britische Graffiti-Künstler verlauten, aber niemals für kommerzielle Zwecke. Genau das passiert jetzt aber bei The Art of Banksy, eine neue Ausstellung in Frankfurt. Ab 18 Euro Eintritt gibt es originalgetreue Reproduktionen, so der Veranstalter. Bei den Siebdrucken, die ja jeweils in einer limitierten Auflage von Banksy vor vielen Jahren auf den Markt geworfen wurden, ist es so, dass die teilweise ja zwischen 400.000 und 600.000 US-Dollar gehandelt werden, sich ausschließlich in Privatbesitz befinden. Das heißt, es wäre schon alleine vom Sicherheitsfaktor und vom Aufwand her gar nicht darstellbar, hier jetzt eine Ausstellung mit 150 Original-Siebdrucken zu zeigen. Dazu haben wir Banksys Büro angefragt. Die Antwort? Banksy unterstütze keine einzige Ausstellung seiner Werke weltweit. Darf man trotzdem die Werke eines Künstlers einfach so nachmachen und in eine Ausstellung packen? Es gibt da durchaus Werke, die gezeigt werden, die nicht einfach vervielfältigt werden dürfen ohne die Genehmigung von Banksy. Er hat ja mehrfach auch schon ausdrücklich gesagt, dass er mit solchen Ausstellungen nicht einverstanden ist, dass er ein Kapitalismuskritiker ist, dass er gegen die Monetarisierung seiner Werke ist. Und wenn dann eben so exzessiv mit seinem Namen geworben wird, kann das eine Zwangskommerzialisierung seiner Person, seines Namens darstellen und eine Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Vermutlich könnte Banksy mit seinen Rechten als Urheber und dem Recht an seinem Namen gut gegen kommerzielle Ausstellungen vorgehen. Aber für beide Punkte müsste Banksy aber aus der Anonymität heraustreten. Und das wissen die Betreiber sehr genau, dass er das nicht tun wird und wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, wahrscheinlich wird diese Ausstellung, auch wenn es Urheberrechtsverletzungen oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind, weiterhin betrieben werden und Banksy wird nicht dagegen vorgehen. Der Veranstalter jedenfalls legitimiert die Ausstellung ausgerechnet mit einem Zitat Banksy's. Banksy hat ja das Zitat Copyright is for losers geprägt. Das ist auch das Motto hier dieser Ausstellung. Es ist leider aufgrund seines anonymen Statuses nicht möglich, mit ihm direkt in Kontakt zu treten, ihn um Erlaubnis zu bitten oder zu fragen. Naja, genau zu diesem Zitat hat Banksy eine andere, sehr klare Haltung. Zu finden auf der Homepage seines Büros. Zu argumentieren, Banksy habe Copyright ist für Verlierer, in sein Buch geschrieben, gibt ihr nicht freie Hand, den Künstler falsch darzustellen und Betrug zu begehen. Haben wir gecheckt. Banksy's Markenzeichen, seine geheime Identität, wird für ihn zum Problem. Anonymität aufgeben oder seine Werke werden wie hier in Frankfurt kommerzialisiert. Banksy's Markenzeichen, seine geheime Identität, wird für ihn zum Problem.